Boah, was? Alter, das sieht so verrückt aus. Das ist so cool gemacht. Pass auf, er macht am Anfang erstmal das ganze Ding schwarz. Ein komplett schwarzes Bild. Und dann wirft er einen Eimer mit Löchern drauf. Das sieht so angenehm aus, Leute. Lasst ein Like und ein Abo, wenn ihr das auch angenehm findet. Es sieht so gut aus. Und guck mal jetzt hier schön, jetzt noch die anderen Farben noch dazu machen. Ey, das ist... Komm schon, jetzt bin alle Farben jetzt richtig abgehen. Und es ist genau gleich, wie das davor gemacht hat, mit Farbe.